Einen wunderschönen guten Hallo und Willkommen zurück zu einer Folge TBB Dribblos BigPack. Ja, nach langer Abstinenz mal wieder hier auf dem Server und ich bin nicht allein, sondern der Doshi ist auch noch dabei. Guten Hallo. Hi. Hi. So, wir haben ein bisschen was vor. Erstmal hier ein kleines Update. Die Pfosten sind ein bisschen größer geworden. Und mittlerweile sind HV-Wire-Relays dran. Ähm, was? Da muss ich aber mal gerade einschreiten. So sehr gewachsen bin ich auch nicht. Ich habe nicht voll Pfosten gesagt, ich habe Pfosten gesagt. Achso, ja. Also okay. Ja, ne? Bitte. Hier ist ein HV-Wire-Connector an der Baumfarme, der muss aber noch auf die andere Seite. Sonst sieht das noch nichts aus. Und, äh, ja. Da ein bisschen Kabel verlegt und das geht jetzt dort nach hinten. So hier so lang. Und ihr merkt schon, die Framerate ist ein bisschen besser als beim letzten Mal. Und das liegt auch nicht nur daran, dass ich jetzt eine neue Hardware habe. Äh, ja gut, hauptsächlich eine neue Hardware. Aber, ja, gut, jetzt habe ich nur noch 20. Ja, wenn ich hier so Richtung Farm gucke. Ja, 14, 13, 15. Okay, gut. Hm, ja, sauber. Ja, ich glaube, das ist teilweise auch irgendwie immer noch so ein bisschen an der Mod-Zusammenstellung. Ja, möglich. So, und wir haben hier mittlerweile auch ein bisschen, also ich habe hier noch ein bisschen weitergebaut, aber, ja, hm. Hier ist zwar der Killer-Joe, der ist im Moment aus. Ne. Ah. So, jetzt ist er aus. Und hier der Spawner. Der ist auch aus. Ähm, der Raum hier ist viel zu klein. Habe ich gemerkt. Habe ich feststellen müssen. Ich habe hier hinten noch das gleiche, äh, passt nicht so wirklich. Deswegen habe ich mich mit dem Dosch mal kurz, bläh, mit dem Dosch kurz mal zusammengeschlossen. Und wir haben dann beschlossen, ja gut, wir reißen das ganze Ding ab. Und, äh, wir würden dann auch gleich mal anfangen. Jo. Und für gleich habe ich dann schon mal was vorbereitet. Okay. Ich würde sagen, fangen wir jetzt erstmal hier an. Äh, bitte was? Erstmal hier schon abreißen, ne? Ja. Äh, nehmen wir mal den. Soll ich es ja mittlerweile wissen, darin bin ich gut. Ja. Ich hinde rein, wenn ich dann tbp. Äh, Gott. Genau. Wenn ich an Project IoT denke, denke ich tbp. Aha, ist auch schon schlecht. Mhm. Das sind in letzter Zeit so schlimm bei mir. Ja, echt? Ja. Mit dem Denken. Ja, mit dem ganz besonders. Ja, so. Ähm, da wir hier ja keine Ventilatoren haben, habe ich gedacht, die Conveyor-Bels, die wir ja vorher in der Mob-Farm hatten, würden hier eigentlich ganz gut reinpassen. Weil, ähm, wer sich noch an die letzte Folge erinnert, die ist ja vor kurzem erst ausgestrahlt worden, weil ich ja total verpeilt habe, dass ich noch welche auf Lager habe. Ne? Ich Dös-Buddle. Der schon wieder. Ja, der schon wieder, der Dös-Buddle. Ähm, ja, sind die erst vor kurzem rausgekommen. Aber, ja, gut. Habe ich mir gedacht, ja, die Conveyor-Bels, die können wir ja dann hier auch nutzen und, äh, passt dann. Oh Mann, ey, ich glaube, ich brauche mal eine Spitzhacke. Wo sind die? Hier, Werkzeug, da. Geht das dann schneller? Ja, ein bisschen. Geht ein bisschen schneller als mit dem Weinminer. Äh, mit dem, äh, Atomic Disassembler. Ja, ich nehme einen an. Ja, ich mache jetzt hier bloß ein bisschen mal was weg. So. Ähm, wie soll man das mit den Flächen unten drunter machen, weil da ist auch nochmal eine große Fläche. Sollen wir die dann zuschütten? Das ist, glaube ich, besser. Ja, glaube ich auch, ne? Sollen wir hier vielleicht noch Spawnfläche oder sowas? Mhm. So, aber erstmal hier alles abreißen. Da ist auch noch ein Kabel. Boah, der Fleck gerade übelst bei mir. Echt? Ich bin gerade bei 9 FPS gewesen. Oh, das ist gut, ja. Mhm. Oh, es wird auch schon wieder dunkel. So was? Weiße, schaue ich meine Richtung, also in meine Bude, 40, 42 FPS, schaue ich hier in Richtung Lager und so weiter, gehe ich runter auf 10. Wow. Na ja, gut, das wird wahrscheinlich Dings sein, äh, sag's mir. Immersive? Ne, Immersive nicht. Aber dafür Project... Warte mal, jetzt muss ich mal selbst gucken. Äh, Red meinst du? Oder? Könnte sein, könnte sein, ja. Ich muss mal selbst gucken. Ähm. Das ist Project Red. Ja, genau, Transportation. Könnte sein, dass es das ist. Gut. Äh, warte mal, ich glaube, ich gehe mal schnell hier eine Truhe holen, wo wir jetzt das Zeug reinlagern. Meinst du? Ja. Oh ja, okay, gut. Ich reiß schon mal hier oben alles ab. Ach das, da kommen wir nicht hin. Bin nicht zu groß wie der Onkel Hobbit. Na, Onkel Hobbit, danke. Gelle. Du Arsch. Hab dich doch auch lieb. Aha, ich weiß. Ich weiß. Bäh. Äh, so. So, erstmal hier alles abreißen. Äh, hast du vielleicht einen Magneten von Ender.io? Der wäre hier gar nicht verkehrt. Ne, aber ich schau mal, ob ich den gerade craften kann. Magnet. Wipe und Crystal sollte klappen. Ja, da machen wir schnell einen. Kannst du hier nämlich alles, das ganze Zeug dann einsammeln. Ja, aber das Zeug muss ja jetzt hier auch wieder plötzlich tun. So, da noch und hier noch und überall. Ach ja, ist das schön. Ich glaube, eine Goldruhe reicht da, ne? Ja, ja, erstmal. Ich habe mir so viel Mühe gegeben mit dem Gebäude hier, aber trotzdem muss ich es dann erstmal weichen. Erstmal abreißen. Ja, genau. Aber das ist halt das Schöne an Minecraft, ne? Man kann es ja abreißen und dann neu aufbauen und hast nicht gesehen. Malte Frage, wann packen wir das TNT aus? Was für ein TNT? Sollen wir abreißen? Ne. Ach man, oh. Jetzt wird alles recycelt. Immer diese Ökos hier. Ja. Immer schön alles wiederverwenden. Das bestimmt auch so ein Baumknutcher mit Dreadlocks, ne? Ne. Oh, der war jetzt wies. Ach, Quatsch. Ich bin doch von dir nichts anderes gewohnt. Ich weiß. Hm. Connector frei werden brauche ich. Dann zwei Elektriker vier. Das habe ich natürlich jetzt nicht. Na. Oder? Ne, das ist Ano. Mäh. 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 Mäh woanders. Ja, ja, genau. Mäh, dann rasen doch selbst. Hm. Aber gerade zum Glück ist es ja nicht wie viel zu schlecht. Ja, komm, mach. Was passiert? Oh, ah, ja, stimmt. Da war ja was. Muss ich so erbauen. Aber hier von dem Pack, wovon ich euch geschrieben habe, hast du das mal anschauen können? Ne, ne, habe ich noch nicht. Gott, Gott. Ich habe in letzter Zeit ein bisschen wenig davon. Oh. Bisschen nicht schlimm. Ja. Ne, aber bei Gelegenheit schaue ich es mir mal an. Mhm. So, das ist dann noch weg. Das ist alles weg. Dann hier ist... ...bei jetzt ein Energetic Alloymenter Ender-Pferde. Ach ja, ach ja. Ach, das ist Ard, ey. Ich darf jetzt gerade wieder hin und her rennen. Ja, super. Mhm. Will ich wenigstens Saft? Hm? Kann ich wenigstens Saft nehmen? Ja, genau. Bei Minecraft. Ja, klar. Auf jeden Fall. Siehst du nicht, wie fett ich geworden bin? Ne? Ja, ich auch nicht. Ach, schade. Also wenn man es selbst nicht sieht, dann... Ja, macht mal irgendwas verkehrt. Ach, Quatsch. Die Ender-Pferde kann ich mitnehmen. So, hast du irgendwo die Goldchist schon hingesetzt? Ne, ne? Ne, habe ich noch im Inventar. Kann ich jetzt gleich... Ich komme jetzt aber gleich eh vorbei. Okay. Langsam wird es ein bisschen eng mit dem Platz. Glaub ich. Ich habe nur nicht reingeguckt. Aber erstmal hier alles aufsammeln. Alter, was hier Zeug rumliegt. Zup, zup, zup. Bei dem ist so viel davon, ne? Ja, das ist halt echt heftig. Oh. Moment, Moment. Da ist was tief los in der Musik. Oh. Das ist nicht gut. Ja, da ist... Ich habe anscheinend nur eine Datei geöffnet. Also nur ein Musik. Nur ein Musik? Ja, ein Musik. Ja, herrlich. Ja, wahrlich. So, Gott. Äh, komme ich hier irgendwo wieder raus? Äh. Äh, ich glaube hier. Sonst noch was, wenn ich einmal hier bin? Bitte? Sonst noch etwas? Ne, wo bist du denn? Ich bin noch am Craften, aber ich meinte eigentlich gerade, ob du noch was brauchst. Achso, ne, aktuell nicht. Gut. Glaube ich zumindest. So, das Start. So, mein Inventar ist voll. Ich lade nur noch ganz schnell auf und dann... Ja, ja. Lädte schon auf. Und ist voll. Stimmt ja, ich hatte ja hier den, ähm... Wireless Charger. Genau, den vergesse ich immer wieder. Echt? Ja. So was. Oh, ich habe hier noch ein bisschen Essen mit. Ja, ich habe auch noch Öpfel. Ich kann das eigentlich mal so reinpacken. Ja, genau. Du hattest ja noch einen Enderman-Kopf für mich, ne? Ja. Oh, hast du den? Charger, wo sonst? Hätte ich auch drauf kommen können. Ja, gell? Oh, sehr gut. Erstmal hier das ganze Zeug zum Reihen. So, 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 so. Gut, weiter geht's. Ähm, zack. Fast, genau. Machen wir hier mal eine Bambule. Ähm. Hä? Irgendwie klappt das nicht so gut, habe ich schon Gefühl. Was denn? Der Elektromagnet. Schauen wir zu mir. Hast du ihn aktiviert? Ja. Musst du ihn vielleicht im Inventar halten? Ich halte ihn ja gerade in der Hand. So, äh. Gib mal her, bitte. Hm. Sehr schön. Ja, super. Und wieder eine Ender-Perle weniger. Ich glaube, da wird es mal wieder Zeit für einen Bug-Report. Ja. Läuft ja, wunderbar. So, jetzt ist er gleich leer. Jetzt ist er leer. Ja, ich glaube auch nicht. Na ja. Okay. Scheiße. Verdammt, die wundervolle Energie. Oh mein Gott. Jetzt muss ich am Hungertuch nagen. Och ja. Wir haben hier noch eine große Baumfarm. Passt schon. Hast du mal gesehen, was mit meinen Leitungen noch gespeichert wird? Was nicht abgezapft ist? Nee. Ich glaube, damit könnte ich selbst dreimal meinen ganzen Energievorrat speichern. So. Ich habe auch immer noch die eine Version. Das ist das vom letzten Mal. Das habe ich noch aufgefüllt. Okay. Uah. Vorsicht, da ist ein Loch, ne? Ja, das habe ich dann schon gerade gedacht. Jetzt los. Ach so. Geht nicht schneller. Das geht doch mit dem Hammer schneller, oder? Stein oder was? Nee, hier die Conveyor-Belts. Oh, Kabel. Hm? Kabel. Kabel? Ja. Ja, sowas. Was? Kabel in einem Technik-Modpack? Was? Ganz komisch, ne? Das ist echt unglaublich. Ha. So, hier noch alles einsammeln. Jetzt mal eine Frage. Ja? Ist dir irgendwie der Spruch geläufig, das Denken sollte man den Pferden überlassen? Äh, ja. Ich habe das nicht noch nie gehört. Nicht? Nee. Hatte heute nämlich Englisch gehabt und wenn das er verratert hat, dass unsere Englischlehrer zu einer so sehr klasse gesagt und wir alle denken nur, hä, was will die von uns? Das war uns echt nicht geläufig. Okay. Naja, gut. Es gibt eben so ein paar Sprüche, die sind schon recht alt und, äh, ja, kennt man dann halt nicht mehr. Das Beste, was ich da immer noch fand, ist, wir haben halt schon mal so ein paar bisschen Vokalien geübt und dann haut die auf einmal raus, ja, wer kann einen Satz bilden mit, ähm, Rente, Retirement. Und ich denke mir nur, nein, du darfst diesen Satz jetzt nicht bringen. Bring diesen Satz nicht. Welchen? Naja, einige Lehrer sollten langsam mal in Rente gehen. Wir haben das so. Man sagt, ich wäre nicht, das hat so eine altische Abrake. Oh, brauchst du noch ein rotes Herz? Nee, im Moment nicht. Ich glaube, die roten Herzen habe ich voll mittlerweile. Äh, warte, nee, noch nicht, noch nicht. Ja, du nimmst ja raus. Kannst ja irgendwann mal machen. Jo, demnächst mal. Na, du von Laune. So. Na, komm, du auch noch. So. Sehen wir noch. Ui. Ich könnte mir mal ne Arzt nehmen, ne? Hä? Können wir vielleicht mal ne Arzt in die Hand nehmen. Ach, Quatsch. Ich habe hier Atomic Disassembler, der haut alles klein. Ja. Glaubst du nicht? Nee, nee, ich glaube dir das schon. Okay. Bäh. Noch nix. So. Ähm, pum, 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 pum. Hast du irgendwie Jetpack oder sowas? Nee, ne? Nee, ich habe nur meinen Kleider. Okay. Also runter kommt, tue ich. Rauf wird problematisch. Okay. Schau mal da rein. Ich schau mal gerade. Das ist da. Das ist da. So. Ja, jetzt würde ich sagen, füllen wir das mit Erde auf oder machen wir das? Ey. Wir haben doch einen Filler, oder? Ja. Wir haben doch bestimmt einen Filler da. Soll ich mal den Killerjaw abbauen und so weiter? Den kannst du schon mal abbauen, ja. Ähm, soll ich dir mal was sagen? Was? Ich habe gar keinen Timer gestellt. Äh, wir sind bei 14 Minuten 45. Ah ja, okay, gut. Wird ja bei Gosp angezeigt. Ah, sehr gut. Ähm, was wollte ich jetzt? Filler. So, Erde. Äh, Filler, genau. Ja, Filler, danke. Ich habe wieder vergessen. Ähm, Bilder. Bilder geht nicht. Filler haben wir gar keinen. Filler. So. Boah, das geht recht schnell. Ähm, Klaus. Ja? Oh, verdammt. Was denn? Was habe ich denn gesagt? Am Tag komme ich gleich, aber rauf schwierig. Ja. Jetzt hast du doch einmal rechnen, wo ich bin. Ja, du bist unten, hä? Nein, ich schon nicht. Ach, du, nie. So, Goldgear. Okay. Was wir eigentlich noch haben, oder? Ah, nee. Aber hier haben wir eine Stone. Ach, jetzt hast du hier unten auch noch das Portal weggemacht. Ja, klar. Ja, warte, hier ist ein alter Minenschacht. Hast du, hast du... Ah, du bist ganz runtergefallen. Nee, ich bin jetzt mal da hinterher gesprungen. Ich dachte, da unten wäre doch das Portal. Nein, warum denn auch? Soll ich ja Erde geben. Brauchst du, oder? Ich bin jetzt schon hier in einem Minenschacht. Okay. Was ist ein Minenschacht? Ja, die stritten mal in den Gängen von uns. Ach so, okay, ja. Ja, ich hab schon die Treppe gefunden. Alter, du bist wirklich ne Kanone. Oh, ja. So, jawohl, genau. Wow, wow. In welcher Fall der Beste? Ja. Ach, jetzt ist hier auch noch zugebaut, Klaus. Du willst mich doch verarschen. Hey, ich hab doch gesagt, du kannst dich runterfallen. So, wo bin ich? Oh mein Gott. Warum hab ich jetzt die Zahnräder nicht mitgenommen? Ich Held. Ich mein, du bist ja gewusst, der Held. Ja, ich weiß. Ach so, das sind bloß zwei. Kann ich nie... Ach so, die stangen nicht. Okay. Hä? Warte mal. Ach so, Stone und Iron Gear. Ah. Okay. So, dann haben wir das da. Das da. Das da. Ich geh jetzt. So, das da, das da. Und was brauchen wir jetzt noch? Eine Kiste und zwei Ink-Stacks. Warte mal, Ink? Ja, genau. Klaus? Ja? Ich komme von deiner Clay-Fabrik nach oben. Von meiner was? Deiner Clay-Fabrik. Äh, müsstest du hochfliegen. Warte mal kurz, warte mal kurz, warte mal kurz. Bleib mal da unten. Warte, ich schmeiß dir mal mein Jetpack runter. Da ist nicht. Oder auch nicht. Äh, so. Geht das? Nein. Warum geht das? Ja, jetzt. Jetzt runter. Hast du es? Nein. Bist du irgendwo bei dir? Ach nee, ich habe es wieder aufgesammelt. Alter. Aber jetzt. Jetzt habe ich es. Ja, gut. Dann kommst du hier mal hoch. Ja, also. Ey, jetzt wird Zeit für dich für ein Jetpack, ne? Ja, ich glaube, ich mache mir gerade eins. Ja. Oh mein Gott. Weißt du? Ja, ich hätte mich dann kurz noch abbauen. Wo bin ich jetzt gelandet? Ja, 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 ja. Oh, hier hast du noch. Ne, da, da. Ich habe gerade, sollen wir uns doch reinfallen? Hey, ja, kannst du gerne machen. Kiste, Kiste, da, eine Kiste. So. Und dann haben wir hier einen Füller. Wie sieht das eigentlich aus bei dir mit Garry's Mod? Äh, ja, weiß ich noch nicht. Gut. Ja, also bisher habe ich noch gar nichts gemacht in der Hinsicht. Ja, dann mache ich mir schon ein Jetpack. So, den Lapis. Mach dir mal ein Jetpack, genau. Wie du auch mal mit den Großen spielen kannst, ne? Hä, hä, hä. So, haben wir hier irgendwo noch eine Zelle. Äh, sieht nicht so aus. Äh, nee. Aber ich glaube, vorne hatten wir noch eine Zelle. Eins, zwei. Nehmen wir Erde oder Kobbel? Ich glaube Kobbel. Kobbel ist eindeutig. Wenn du noch Kobbelprobleme hast, du weißt, was es welche gibt, ne? Ja. Das Schöne bei diesen Storages ist ja, dass der, wenn du da was rausholst, der das direkt ins Inventar packt. Das heißt, du kannst auch nichts zu viel rausholen. Weißt du, was das auch schön ist? Hm? Wenn du Dias quachen lässt und die dann sofort wieder in der Witching Factory zu Dias gemacht werden. Super. Also heute ist echt Mittag. Ja. So. Ach so, verdammt. Das hat ein 4,5,5,5. 8. Knapp. Äh, das da rein, das da rein, das da, das da. Ja, genau. Machen wir das mal so. Wo ist es? So. Da. Da. Hä? Hä? Was? Ich höre irgendwo ein Skelett, aber ich sehe es nicht. Ja, das habe ich auch schon öfters gehört. Hm. Weißt du, was ich glaube, wo das ist? Vielleicht im Lager oben? Nee. Da ist eigentlich alles ausgeleuchtet. Nee, dass da oben noch ein Hohlraum ist? Irgendwie. Nee. Eigentlich alles ausgeleuchtet. Also. Also bist du sicher, dass da kein Hohlraum ist? Äh, Hohlraum ja, aber es ist ausgeleuchtet. Aber da kann doch was spawnen, ne? Nee. Oh, ich habe doch gesagt, ausgeleuchtet. Hallo. Ja, hallo. Hör du mal zu, Junge. Aber ist denn da wenigstens ausgeleuchtet? Boah, die Halle neffnet. Ich schon nicht. Nein, du nie. Nee, nee. Ah, würdest du nie tun, ich weiß. Mhm. Ich glaube, die Folge hat es auch hinter sich, ne? Äh, ja, wir sind bei 20 Minuten. Ja. Kann man mal sagen, ne? Ja. So, wir haben jetzt das Ding hier. Achso, warte mal. Äh. So, gut, ich gehe mal hier runter. Es gibt ein Jetpack für ein Project Red. Hier los. Okay. So, erstmal hier dicht. So. Na, die Steine lasse ich jetzt gerade mal drin. Warte, egal. So, und da, und da. Ja, da würde ich mal sagen, ne? Machen wir hier mal alles dicht. Und, ähm, ja, sehen wir uns dann zur nächsten Folge. Gut. Okay, gut. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zusehen. Gehabt euch wohl. Haut rein. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.